so zack wollen wir den doch auch direkt mal hier skillen so ich weiß noch nicht worauf ich gehen werde ich denke mal hier auf die auf attentäter oder gucken wir mal wenn es so weit ist dann wollen wir doch mal einen besuch abstatten ich sehe nichts mehr spieler gleich stärkere gegner stärkere gegner gleich mehr beute oder bessere beute feuerresistenz aber der ist stufe 6 und kostet auch zu viel hat er ist gar nichts und gar nicht schlecht an sich 96 schon mal zack haben wir noch moni drin die ich noch wo ich noch von brauch für die pistole wollen wir hoffen dass wir noch einen repeater droppen auf dem weg zu 9.0 repeater durch ein smg hallo weil der schaden ist doch eher bescheiden sagen wir es mal so die droppen eine menge knete hier auch hier flasch riep smg munition dran nein ja ja das damen und die ist schön und neuen repeater also eine handfeuer und normale handfeuerwaffe pistole 100 prozent schaden bei kritischer treffer 48 prozent rückstoß verringerung ich meine er macht zwar weniger schaden als der hier aber ist trotzdem nicht verkehrt so und die smg klar die macht das schon allein weil sie mehr schaden macht na also der schaden sieht doch schon was besser aus das hoffe ich auch so zack platz zack zack gut alles klar good to go so Aua So Zack Der hat es auch hinter sich So und jetzt 9 Toast Ich bin mal gespannt Ob ich hier todesfrei Durchkomme Wie sieht es aus Alles klar Wollen wir es probieren 9 Toast Schmeißen wir erstmal unsere Granaten Ach meine Güte Ich hänge fest Ah Moment Komm Stirb endlich du So 9 Toast So Gut Sind wir ja einigermaßen Einigermaßen gut Da rausgekommen Jetzt Jetzt habe ich aus der CMD Seine Waffe Ausgerüstet Aber Die macht immerhin Feuerschaden C Verlust Gefahr Ja Wollen wir weitermachen Oh 15 Schaden Waffen Zoom Na ja schade Die SMG Ist nichts Wollen wir eben auch hier noch alles looten Ein kleines Medikit Nehmen wir mit Können wir später verkaufen Ach da haben wir noch eine Waffenkiste Cool Wäre ich nicht wieder zu blöd hier hoch zu springen Au Gar keine schlechten Waffen Money 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 Ja ja Es ist auch unwichtig wer du bist So Hier Die hat mir eigentlich ganz gut gefallen Hat zwar keinen Waffen Zoom Wobei die hier hat eine höhere Feuerrate Na komm Gehen wir mit der Die kammer ist hier und wir finden hier Diese Welt ist voller Gefahren Wachne dich und sieh los Ich verobert Ich verobert Wir kommen näher her Hoch So haben wir euch jetzt Ah ne da ist noch einer Arid Bat-Lance So Da müssen wir jetzt hin Ich glaube wir mussten zu TK Beta Oder Achso wenn ich unten auf der Karte gucke So Ab zurück zu Dr. Z Achso wir haben übrigens fällt mir gerade auf Zwei Skill Points So jetzt ist sie Schild Kapazität Gehen wir hier drauf Gehen wir auf Attentäter Gehen wir auf So jetzt müsst ihr das schwarze Brett aufgehen Was sagt man das Du hast mein Volk gekämpft Du solltest mir ein Brink versorgen Damit wir das feiern können Siehe auf dem schwarzen Brett nach Ob sonst noch einer einen Job für den Tag So So Wir haben unseren ersten Granaten-Mod Achso den haben wir schon Ausgerüstet Na komm Ja Ich weiß dass ich mehr als eine Quetz gleichzeitig haben kann Gehen wir noch mal zu TK Butter erst Ich weiß nämlich gerade nicht mehr Was der für eine Quest jetzt hat Ah Die Klingblumensamen und Boah Der Skagbully Ja das können wir Nachher machen Ja Hallo So Aber erstmal machen wir das Catch a Ride Ding Weil das ist direkt hier So Die sind zwar jetzt Stufe 8 Aber das Könnten Müssten wir eigentlich trotzdem hinkriegen Ich weiß nicht mehr 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 Ich weiß nicht mehr